Was ist das jetzt? Okay... Das ist ja jetzt interessant. Hallo? Oh, da kommt doch... Oh! Doch nicht da! Wo ich dachte... Ähm... Na ja... Kleines Problem... Äh, wir kriegen jetzt schon Probleme und das Spiel hat gerade erst angefangen. Das... Auf sowas war ich nicht vorbereitet. Ah... Hm... Das wird interessant. Brains! Hier noch einen zweiten hin. Brains! Die Brains kommen! Oh Mann! So... Mach mal hier noch welche hin. Und dann kommt der da weg. So, da brauchen wir ein paar Sonnenpilze, die dann auch wachsen. Hm... Oh, ist mehr Sonne? Gib mir mehr Sonne! Oder mehr Nachtenergie oder wie auch immer wenn du es nennen willst. Oh... 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 Scheiße! Da kommt einer, den ich gar nicht für gut heißen kann. Okay... Kriegen die den down, kriegen die den down, kriegen die den down? Klicke... Klicke... Ja, ok. Sehr gut. Sehr gut. Die kriegen den down... so jetzt muss man hier mal nach vorne mal welche ne so jetzt muss man ein bisschen beschäftigen mit dem bar das sind jetzt immer kurz der macht irgendwie musik so hier kommt die walnuss reihe dann da muss man schauen also ich habe jetzt mehr oder weniger indirekt eine wette mit dem kumpel laufen das war jetzt immer gesagt dass ich es nicht schaffe das ist er ist aber er nicht geschafft hat das spiel durchzuspielen ohne dabei drauf zu gehen einmal das habe ich mir jetzt mehr oder weniger herausforderung genommen hat mir gesagt dann probiere ich das einfach mal mal sehen wir das endet und ich sehe da finden gerade welchen überhaupt nichts das war natürlich nicht so intelligent ich schnappe mir die pilze da weg da muss was dagegen tun noch so diese komischen zombies verstehe ich nicht ganz was die jetzt machen genau habe ich nicht ganz so jetzt fange ich mal an hier hinten so können wir durch den nebel sehen also die sind auf jeden fall notwendig das ist genauso und das auch das auf jeden fall auch und wie war ein pie shooter die sie schuhen das muss ich sagen weil ich jetzt nicht so praktisch nehmen wir das hier noch mit wir brauchen energie wir brauchen eine verteidigung ich nehme mal noch ein hybno und ein doom schrub mit passt das so und hier kommt dann die walnussreihe hin ok na dann los geht es gibt mehr energie kleine es gibt mehr energie jetzt habe ich einen ganz großen fehler gerade gemacht oh äh ne jetzt muss man ganz kurz nochmal neu starten restart level restart und zwar habe ich gerade einen ganz großen fehler gemacht und zwar habe ich vergessen die pizze 1 die kleine pizze zu nehmen habe ich schon gewundert warum ich viel platz auf einmal habe weil ohne die geht ja in der luge halt wirklich gar nichts so die da mitnehmen ähm pie shooter mitnehmen ja dann würde ich den gern mitnehmen ja ok tschuldigung noch einmal so eins zwei drei und vier und gleich ist die lantorn äh lantorn gleich ist die lantorn fertig und dann schaue ich mal was die kann tschuldigung kohle ich bin das kräuter la brein wo ist es denn das bren da oben ist es bren ok Geht, ist das eigentlich komplett für die Leinen, oder, äh, ich stelle sie einfach mal hier her jetzt? Oh, okay. Das muss man also ganz vorstellen. Dann war das gerade unnötig verschwendet, was ich da getan habe. Na, okay. Nicht so schlimm, ich hab da schon einen Plan dafür. So, dann baue ich nämlich hier die Lensern hin. So. Dann baue ich hier nämlich noch eine hin, so. Und dann sollte sich das eigentlich haben. So, dann... Dann hier noch so einen Pilzen. Oh, da kommen hier hinten nämlich die normalen Viecher hin. Auch schön, dass der genau in der Reihe läuft. Das finde ich sehr gut. Sehr schön von ihm. So, auch dabei. Mach den mal noch schnell dauerne, meine kleinen Zombielombies. Also, wieder ein bisschen. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall... Ja, komm. Ne. Dann nochmal so ein. Dann hier nochmal eine Lantern. Dann kann jeder nämlich weg. So. So. Dann brauchen wir da vielleicht mal nicht. Ah, hallo. Lässt du mal meine Pilze rutsch? So. 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 Und da noch einen hin. Damit wir auf dem Gehweg erstmal gesichert sind. Auf dem Gehweg. Haha. Das war nicht witzig. Ich weiß. Vielleicht kommt noch die erste Line. auch. Bye. Bye. Bye.